Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über das Google Pixel 8a, das neueste Smartphone aus der Pixel-Serie von Google, das für seine herausragende Kamera und reine Android-Erfahrung bekannt ist. Das Google Pixel 8a setzt die Tradition seiner Vorgänger fort und bietet eine beeindruckende Kamera, die für ihre Bildqualität und KI-gestützten Funktionen geschätzt wird. Es verfügt über eine Hauptkamera mit verbessertem Nightside für klare Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und eine Ultraweitwinkelkamera für spektakuläre Landschaftsaufnahmen. Das 6,1 Zoll AMOLED-Display des Google Pixel 8a bietet lebendige Farben und tiefe Schwarzdünne, die Inhalte zum Leben erwecken. Es ist auch HDR-zertifiziert, was bedeutet, dass sie HDR-Inhalte in beeindruckender Qualität genießen können. Unter der Haube wird das Pixel 8a von einem leistungsstarken Prozessor angetrieben, der eine reibungslose Leistung gewährleistet, egal ob sie Apps ausführen, Spiele spielen oder im Internet surfen. Es kommt auch mit einer großen Batterie, die den ganzen Tag über hält und schnelles Laden unterstützt, sodass sie schnell wieder einsatzbereit sind. Das Google Pixel 8a bietet außerdem eine reine Android-Erfahrung, was bedeutet, dass sie die neuesten Android-Updates und Funktionen direkt von Google erhalten, ohne überladene Benutzeroberflächen oder unnötige vorinstallierte Apps. In Bezug auf das Design bietet das Google Pixel 8a ein schlankes und minimalistisches Erscheinungsbild, das sich angenehm in der Hand anfühlt und eine erstklassige Verarbeitungsqualität bietet. Zusammenfassend bietet das Google Pixel 8a eine beeindruckende Kamera, ein hochwertiges Display, eine reibungslose Leistung und eine reine Android-Erfahrung zu einem erschwinglichen Preis. Es ist eine großartige Wahl für alle, die ein erstklassiges Smartphone suchen, das auf das Wesentliche konzentriert ist.